Action. Hallo, ich möchte euch kurz einen Überblick über unseren Aluminium-Fallschock geben. Wir haben zwei Längen, einmal 100 bis 120 und 115 bis 135. Das ist die 135-Variante. Unsere Stöcke haben einen Korkgriff, einen verlängerten Griff, Aluminium-Schnallen und verschiedene Aufsätze sind dabei für alle Untergründe. Zum Ausklappen, so kommt der Stock zu euch nach Hause, könnt ihr ihn einfach fallen lassen. Dann nehmt ihr einfach das obere Segment, hier müsst ihr schauen, dass oben fixiert ist, dann könnt ihr das obere Segment und zieht das einfach hinunter, bis der Knopf rauskommt. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist unten fixiert, dann könnt ihr die richtige Höhe einstellen. Dazu müsst ihr schauen, dass ihr am besten einen rechten Winkel habt, da könnt ihr hier mit der Feststellschraube noch ein wenig die Schnalle fester schrauben, damit sie optimal hält. Dann habt ihr den schönen rechten Winkel und die richtige Höhe. Und zum den Stock wieder zusammenfalten, das Ganze rückwärts. Schnalle lösen, zusammenschieben, Schnalle wieder zu, Knopf reindrücken und die Segmente einfach auseinanderziehen. Und dann seid ihr wieder komplett. Oft bekommen wir auch Nachrichten, der Griffseiteffekt, weil sich der im Stock löst, aber das ist ganz normal, das muss nicht fest sein. Da kann man auch kompakter verpacken, wenn man jetzt die Stöcke separat verpackt. Da könnt ihr einfach wieder raufziehen, hier ist ein Stoppzeichen, da solltet ihr nicht drüber, also die Stopplinie nicht überschreiten und dann steht dem Waren der Abenteuer nichts mehr im Wege.